So, wir hatten in den letzten Videos uns angeschaut, wie das mit dem logischen Schließen in der Prädikatenlogik funktioniert und haben zunächst mal gesehen, dass es nicht einfach ist. Es ist unentscheidbar, dieses Problem. Und zum anderen, dass es aber trotzdem Algorithmen gibt, die zumindest semi-entscheiden können, ob ein bestimmter logischer Schluss gezogen werden darf. Und insbesondere haben wir das Resolutionsverfahren angeschaut und auch gezeigt, dass das korrekt war. So weit, so gut. Jetzt kann man sich aber natürlich auch fragen, geht es vielleicht auch irgendwie einfacher? Kann man die Logik auch noch anders betrachten? Gibt es noch weitere Sichten, die hier relevant sein könnten? Und als eine besonders interessante Sicht, die auch praktisch relevant sein kann, möchte ich in diesem Video anfangen, über endliche Modelle zu sprechen. Endlich, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Gibt uns vielleicht Hoffnung, dass Dinge dort ein bisschen einfacher sein könnten. Wir werden sehen. Ja. Willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Krutsch. Dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Endliche Modelle. Was meine ich damit? Naja, über die Größe von Modellen in der Prädikatenlogik oder von Interpretationen allgemein hatten wir schon mal an einer Stelle kurz gesprochen, nämlich als wir über das Löwenheim-Skolem-Theorem geredet hatten. Da hatte ich Ihnen erklärt, dass jede erfüllbare Formel auch ein Modell hat, das abzählbar groß ist. Die Größe bezieht sich hier vor allem auf die Grundmenge, auf die Domäne des Modells. Die darf ja eine beliebige Menge sein und dementsprechend auch überabzählbar zum Beispiel. Aber wir haben gesehen, mit Hilfe von Skulem-Funktionen kann ich ausreichend viele Elemente, Skulem-Therme in mein Modell bekommen, um sicherzustellen, dass die Formel erfüllt werden kann, wenn sie denn überhaupt erfüllbar ist. Und das waren dann eben nur abzählbar viele Dinge. Gut. Interessant wäre es jetzt natürlich zu fragen, geht das vielleicht noch weiter? Naja, vielleicht, wenn ich keine überabzählbaren Modelle brauche, sondern mit abzählbaren zurechtkomme, vielleicht komme ich ja sogar mit endlichen zurecht. Reicht es, ist es vielleicht so, dass jede erfüllbare Formel auch ein endliches Modell hat? Naja, und Sie ahnen, wie die Antwort hier ausfallen muss? Nein, Redikatenlogik kann unendliche Modelle erzwingen. Ansonsten hätten wir schon viel früher mit endlichen Modellen vielleicht arbeiten wollen, denn es wird tatsächlich einiges einfacher, wenn man sich darauf beschränken kann. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie das mit dem Erzwingen von Unendlichkeit in Prädikatenlogik funktioniert. Und ich hoffe, dass das ganz intuitiv ist, auch durch die Prädikatennamen, die ich hier gewählt habe. Die Sätze, die hier stehen, sagen mehrere Dinge. Der erste sagt, jeder Mensch hat eine Mutter. Also für jeden Mensch gibt es eine Mutter, Y, die ebenfalls Mensch ist. Und Sie ahnen schon, wie die Unendlichkeit hier entsteht. Ein Mensch hat eine Mutter, ist wieder ein Mensch. Der Mensch muss ja auch wieder eine Mutter haben und so weiter und so fort. Und das sieht natürlich schon ganz verdächtig nach Unendlichkeit aus. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn die Prädikatenlogik weiß natürlich nichts davon, was wir mit Mutter und Mensch meinen. Das sind einfach nur Prädikatennamen und insbesondere würde der erste Satz auch zulassen, dass ein Mensch seine eigene Mutter ist. Dann ist das erfüllt. Der Mensch hätte eine Mutter. Die Mutter selbst ist wieder ein Mensch. Alles gut. Und trotzdem haben wir bloß ein einziges Element in unserem Modell. Also Sie sehen, die Unendlichkeit ist ja noch nicht erzwungen mit dieser Aussage, denn wir fordern nirgends, dass dieses existierende Y nicht eins von den Elementen sein kann, die es schon gibt. Und dass die Mutterschaftsbeziehungen nicht irgendwie im Kreis gehen dürfen. Das können wir aber tatsächlich weiterhin ausschließen mit Hilfe von weiteren Sätzen. Der erste davon initialisiert das. Da sage ich einfach, Mütter sind Vorfahren. Für alle X und Y gilt, wenn X Mutter Y hat, dann hat X Vorfahre Y. Und der zweite Satz sagt, die Vorfahrenbeziehung ist transitiv. Also hat Vorfahre XY und hat Vorfahre YZ impliziert hat Vorfahre XZ. Das übrigens ist kein Widerspruch zu dem, was ich früher mal gesagt hatte, im Ende der letzten Videos, dass Transitivität, transitiver Abschluss in Prädikatenlogik sich nicht ausdrücken lässt. Was ich hier ausdrücke, ist kein transitiver Abschluss. Ich sage nicht, hat Vorfahre ist der transitive Abschluss von hat Mutter. Ich sage nur, hat Vorfahre enthält mindestens so viel wie hat Mutter und ist außerdem transitiv. Es dürfen aber noch zusätzliche Sachen darin vorkommen. Dagegen habe ich nichts. Ich fordere nur Transitivität als Mindestanforderung sozusagen. Okay, das heißt also, wir haben eine Vorfahrenbeziehung, über die jeder Mensch transitiv mit allen seinen Vorfahren in Beziehung steht. Und dann muss ich nur noch als letzten Satz hinzufügen, für alle X gilt, sie sind nicht ihre eigenen Vorfahren. Und was das letztlich ausdrückt, ist natürlich, dass die Vorfahrenbeziehung keine Zyklen haben darf. Denn sobald sie irgendwo im Kreis geht, wegen der Transitivität, gibt es dann ein Element, was mit sich selbst in Beziehung stehen müsste. Und das ist hier ja verboten. Okay, und dann damit haben wir also eine Beziehung, in der jedes Element einen Vorgänger hat und die wiederum keine Zyklen enthalten darf. Und das zusammen erzwingt Unendlichkeit. Also das kann nur erfüllt sein, wenn man eine unendliche Kette von Personen sich hier vorstellt, um diese Theorie hier zu erfüllen. Okay, also Unendlichkeit kann man erzwingen. Und es gibt prädikatenlogische Theorien, die nur in unendlichen Modellen erfüllt werden können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem uns Gedanken machen dürfen, wie es denn wäre, wenn wir die Semantik der Prädikatenlogik einfach so abändern würden, dass alles endlich sein muss. Das kann man ja machen, vielleicht bringt uns das Vorteile, vielleicht werden dadurch Dinge einfacher. Wer braucht schon diese unendlichen Dinge? In der Praxis ist doch eh alles endlich. Machen wir es mal so, mal schauen, was passiert. Logik über endlichen Modellen. Vielleicht ist es gar nicht wünschenswert, unendliche Modelle überhaupt zuzulassen. Wir können die ja mal ausschließen. Und das geht so, wir definieren Prädikatenlogik mit endlichen Modellen als eine neue Logik. Sie verwendet die gleiche Syntax und Semantik wie die Prädikatenlogik allgemein, aber mit der zusätzlichen Bedingung, dass die Domäne von Interpretationen stets endlich sein muss. Mit anderen Worten, wir haben von den ursprünglichen Interpretationen der Prädikatenlogik nur noch einige übrig, nämlich die endlichen. Und andere werden jetzt verboten, werden nicht länger betrachtet als mögliche Interpretationen. Okay. Damit schränken wir also die Anzahl der Modelle, die Menge der Modelle ein. Und Sie erinnern sich, ich hatte das schon mal erklärt, als ich über Modelltheorie gesprochen hatte. Die Logik hier ist monoton. Das bedeutet, je weniger Modelle eine Theorie hat, desto mehr logische Konsequenzen hat sie. Und so gilt es nicht nur, wenn ich Theorien miteinander vergleiche in einer Logik, so geht es auch, wenn ich, wie hier, von einer Logik zu einer anderen wechsle, die insgesamt weniger Modelle zulässt. Dann sollte ich nach der Semantik, die ich gegeben habe, mehr Konsequenzen haben, mehr logische Schlüsse ziehen dürfen. Einfach, weil es mehr Dinge gibt, die in allen verbleibenden Modellen gemeinsam wahr sind. Weil ich einige Modelle verbiete, eliminiere, sind einige Dinge, die in manchen dieser Modelle nicht wahr sind, jetzt plötzlich Konsequenzen. Und wir können das konkret sehen in dem Beispiel, das ich Ihnen gerade gezeigt hatte schon. Wenn ich also noch ein bisschen kürzer hier, ohne die Mutter einzeln zu nennen, einfach nur direkt sage, jeder Mensch hat einen Vorfahren und Vorfahren zu haben ist transitiv. Nur das sind die beiden Aussagen, die ich hier mache. Dann ist das sowohl mit endlichen als auch mit unendlichen Modellen erfüllbar. Also diese Theorie hat auch unendliche Modelle, man hat auch endliche. Aber das Besondere bei den endlichen Modellen ist, dass die, wenn sie endlich sind, Zyklen enthalten müssen. Durch diese immer fortgehende Kette von Vorfahren muss irgendwann mal ein Vorfahrer verwenden oder ein Zyklus entstehen und ein Mensch sein eigener Vorfahrer sein. Durch die Transitivität gibt es dann eine direkte Beziehung. Das heißt, die Formel, der Satz, es gibt ein X, sodass X sein eigener Vorfahrer ist, ist eine logische Konsequenz dieser beiden Formeln in der Prädikatenlogik mit endlichen Modellen. Obwohl das nicht so wäre, wenn wir unendliche Modelle zulassen würden, denn es gibt ja ein unendliches Modell, was einfach nur eine Vorfahrenkette aus lauter Vorfahren konstruiert und dabei ist niemand sein eigener Vorfahrer. Das heißt, es würde diesen logischen Schluss widerlegen. Aber in dem Moment, wo wir dieses unendliche Modell nicht mehr erlauben, hat jedes Modell, was übrig bleibt, irgendwo einen Zyklus. Und Sie sehen schon und ahnen an dieser Stelle, wenn Sie das so sehen, die Sache mit der Endlichkeit ist vielleicht gar nicht mal so praktisch und intuitiv und gut zu benutzen, wie man das im ersten Moment vielleicht denken mag, wenn man hört, endlich, praktisch, gut, machen wir, weil nämlich durch das Fordern von Endlichkeit indirekte Nebenbedingungen in die ganze Semantik reinkommen, die relativ indirekte, relativ schwierig zu überblickende Konsequenzen haben können. Also wenn Sie die Theorie sehen, jeder Mensch hat einen Vorfahren, dann denken Sie ja zunächst mal nicht, dass daraus folgen sollte, dass jemand sein eigener Vorfacher ist. Aber wenn wir fordern, dass die Modelle endlich sind, dann wird für jede Endlichkeit irgendwie in dieser Theorie durch die Transitivität ein Zyklus existieren und jemand sein eigener Vorfacher werden. Und das passiert einfach nur deshalb, weil wir nicht genug Platz haben für die Vorfahren, die wir fordern, weil irgendwo Schluss ist. Und ja, in den meisten praktischen Anwendungen ist vielleicht nicht die Konsequenz, die sich gewünscht hätten. Also natürlich ist es auch nicht ganz korrekt anzunehmen, dass es unendlich viele Menschen gab, die immer weiter zurückliegende Vorgänger, Vorfahren gibt, die alle Menschen waren. Und irgendwann kommen sie da eben dann vielleicht nicht mehr bei den Menschen an. Und das wird schwierig, das genau konkret, diskret zu modellieren. Aber die Ergebnisse, die Sie aus so einer unendlichen Modellierung erhalten würden, sind vielleicht trotzdem näher an dem, was man sich so landläufig vorstellen kann. Und das ist ein Effekt, den kennen Sie auch an anderen Stellen in der Mathematik. Manchmal, wenn man sich einschränkt auf weniger Elemente, wird das Leben sehr viel schwerer. Also zum Beispiel Nullstellen von Polynomen zu finden, ist relativ gut machbar, wenn Sie in den reellen Zahlen arbeiten. Da haben Sie viele Zahlen und können die Nullstelle suchen gehen. Wenn Sie hingegen sich beschränken auf ganzzahlige Nullstellen und nur noch die ganzen Zahlen betrachten wollen, dann wird das Problem unentscheidbar. Hier wird es ein zehntes Problem. Also es ist nicht so selten, dass durch die Hinzunahme von Unendlichkeiten in der Mathematik Dinge einfacher und intuitiver werden. Einfach, weil man mehr Platz hat und nicht indirekt durch die Platzbeschränkungen sich Schwierigkeiten macht, die gar nicht so direkt mit dem Problem, was man eigentlich lösen will, zu tun hat. Okay, aber es gibt trotzdem natürlich auch für die endliche Erfüllbarkeit, für endliche Modelle Motivationen. Das ist auf jeden Fall was Interessantes, was man sich anschauen kann. Ein interessanter Effekt, der eine gute Motivation letztlich darstellt, dafür, dass man Logiken mit endlichen Modellen betrachtet, ist, dass diese Einschränkung die Semi-Entscheidbarkeit von Erfüllbarkeit zur Folge hat. Also bisher hatten wir ja die Semi-Entscheidbarkeit von Unerfüllbarkeit als etwas Typisches für die Prädikatenlogik im Allgemeinen kennengelernt. Wir können mit Resolution nach einem Beweis für Unerfüllbarkeit suchen. Wenn wir diesen Beweis gefunden haben, wissen wir, es ist unerfüllbar. Allerdings kann es passieren, wir finden den nie oder wissen zumindest nicht, wie lange man noch suchen muss, bis man ihn hat. Semi-Entscheidbarkeit. Hier ist es umgekehrt. Hier ist nicht die Unerfüllbarkeit, sondern die Erfüllbarkeit semi-entscheidbar. Und das liegt einfach daran, dass wir wissen, wenn eine Theorie erfüllbar ist, dann ist sie in einem endlichen Modell erfüllbar. Und wir können die endlichen Modelle systematisch durchprobieren und schauen, ob sie jeweils geeignet sind, um die Formel zu erfüllen. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, Endlichkeit des Modells sagt mir ja noch nicht, wie das Modell im Detail aussieht. Also ich weiß, es gibt ja viele endliche Mengen, die eine Domäne bilden könnten. Wie soll ich die jetzt systematisch durchgehen? Aber wie hier schon geschrieben steht, ist es natürlich letztlich egal, wie die Elemente der Domäne heißen. Wichtig ist nur, wie viele Elemente es sind. Wenn Sie ein Modell mit 1000 Elementen haben, ist es egal, ob Sie die A1, A2, A3 nennen oder irgendwie anders. Hauptsache, es sind 1000 Stück. Und dann gibt es natürlich immer noch viele Möglichkeiten, die Prädikatsymbole zu interpretieren. Dann über 1000 Elementen haben Sie sehr viele Freiheiten, aber es ist alles endlich. Also das heißt, die relevanten Unterschiede zwischen den Modellen mit 1000 Elementen können Sie alle systematisch betrachten. Und wenn Sie so herangehen, dann können Sie einen ziemlich naiven oder zumindest rein mathematischen, sagen wir mal so, also nicht zum Implementieren geeigneten Erfüllbarkeitstest durchführen, gegeben ein Satz f, betrachten wir einfach systematisch alle endlichen Interpretationen der Symbole in f, zum Beispiel irgendwie geordnet nach aufsteigender Größe der Domäne und für jede Domänengröße eben in jeder Art und Weise interpretiert. Und für diese endlichen Interpretationen prüfen wir jedes Mal, ob diese Interpretationen ein Modell für f sind. Falls das gilt, geben wir erfüllbar aus, denn wir haben ja ein Modell gefunden, damit ist die Formel erfüllbar. Falls es nicht gilt, dann schauen wir einfach weiter, ob wir mehr Glück mit der nächsten Interpretation haben. Okay, und damit haben wir eine Semi-Entscheidbarkeitsprozedur für eine Logik, die nur endliche oder die uns garantiert, dass alles, was erfüllbar ist, auch endliche Modelle hat. Und das könnte man jetzt hier machen in der Prädikatenlogik, wenn man sich auf endliche Modelle beschränkt. Das kann man auch in vielen anderen spezielleren Logiken, die wir in Anwendungen in der Informatik antreffen, tun. Also das ist durchaus ein gängiges Mittel, um Entscheidbarkeiten oder bessere Komplexitätseigenschaften von logischen Schlussfolgerungsproblemen zu erzielen, indem man irgendwie eine einfachere Logik findet, bei der man sich legitimerweise auf endliche Modelle beschränken kann. Und bestenfalls auch noch auf endliche Modelle, bei denen man ungefähr weiß, wie die aussehen. Dass man nicht einfach blind alle durchprobieren muss, sondern dass man zielgerichtet Modellkonstruktionen betreiben kann. Und wenn man eines gefunden hat, dann weiß man, erfüllbar. Und vielleicht umgekehrt, wenn man keins findet, in manchen Fällen weiß man, es ist unerfüllbar. Also es gibt viele Logiken, bei denen das logische Schließen entscheidbar ist, wenn sie nicht ganz so stark sind wie die Prädikatenlogik. Und da hat sowas praktisch bedeutet. Okay, also das bekommt man immer. Endliche Modelle machen Erfüllbarkeit semientscheidbar. Gut. Ja, jetzt sehen wir aber auch, dass dieses positive Ergebnis uns auch als Kehrseite direkt ein anderes negatives Ergebnis mitliefert. Ja, das ist hier als Frage formuliert. Endlich ist gleich einfach Fragezeichen. Ja, wenn wir jetzt Erfüllbarkeit semientscheiden können, heißt das, dass das Schließen in der Logik mit endlichen Modellen insgesamt einfacher ist. Und es stellt sich heraus, Sie ahnen es, dass das nicht der Fall ist. Logisches Schließen bleibt trotzdem schwer. Das ist für die Prädikatenlogik der Satz von Trachtenbrot. Der sagt, logisches Schließen, in dem Sinne, wie wir es hier kennengelernt haben, also Erfüllbarkeit, Allgemeingültigkeit, logische Konsequenz, in der Prädikatenlogik mit endlichen Modellen ist weiterhin unentscheidbar. Also, das beweise ich hier nicht, wenn Sie sich interessiert, wir haben einen Kurs Database Theory, wo man diesen Beweis auch nochmal ein bisschen näher betrachten kann. Der wird auch an der TU Dresden gelehrt. Vielleicht finden Sie sogar Online-Unterlagen, wenn Sie jetzt nachschauen wollen. Die Grundidee ist gar nicht so schwer. Also, wir hatten ja Unentscheidbarkeit bewiesen in der Prädikatenlogik, indem wir das Problem der Leerheit des Schnittes von kontextfreien Grammatiken reduziert hatten auf prädikatenlogische Erfüllbarkeit. Das war eine Konstruktion, bei der wir mit unendlichen Interpretationen gearbeitet haben. Aber ich habe sicherstellen wollen, dass jedes Wort, was denkbar ist, auch vorkommt in meiner Interpretation und dadurch hatte ich unendlich große Interpretationen. Das ist also nicht so ein guter Ansatz, um zu zeigen, dass endliche Modelle Unentscheidbarkeit schon uns geben. Aber ich hatte auch erwähnt, man kann viele Konstruktionen machen. Die Prädikatenlogik ist ja sehr ausdrucksstark. Man kann mit den logischen Formeln eine ganze Menge beschreiben. Und eine der Sachen, die man zum Beispiel beschreiben kann, sind Turing-Maschinen. Also, ich kann logische Formeln aufschreiben, die deklarativ beschreiben, wie eine Turing-Maschine arbeitet, wie sie Speicher anlegt, wie der Speicher sich im nächsten Schritt fortsetzt und wie die Umformungsregeln auf dem Band jeweils ablaufen. Dafür muss ich alles, was die Turing-Maschine tut, alle Bandpositionen und auch alle Zeitpunkte, über denen sie arbeitet, als Elemente in meiner Interpretationsdomäne irgendwie kodieren. Das ist aber nicht so schwer. Am Ende, ich habe halt eine Interpretation, die den gesamten Lauf der Turing-Maschine kodiert als relationale Struktur. Also, das geht. Eine Menge Regeln braucht man dazu. Und wenn einem das gelingt, dann kann man relativ leicht sehen, dass die Interpretation, die man dann als Modell für diese Theorie erhält, endlich ist, wenn die Turing-Maschine, die man da simuliert, nach endlich vielen Schritten anhält. Und da sehen Sie, ja, das heißt, Endlichkeit oder Erfüllbarkeit in einem endlichen Modell wird hier äquivalent zur Frage, hält die Turing-Maschine? Und wir wissen, das Halteproblem ist kein einfaches Problem. Da kommen Sie dann schnell zur Unentscheidbarkeit. Also, das ist so die Grundidee. Also, das heißt, es ist gar nicht mehr, es ist nicht sehr kompliziert, es ist nicht unbedingt mehr Arbeit, als man für den allgemeinen Unentscheidbarkeitsbeweis hat, diesen Satz von Trachtenbrot zu beweisen. Okay, also logisches Schließen bleibt unentscheidbar in der Prädikatenlogik mit endlichen Modellen, obwohl die Modell jetzt endlich ist. Wie passt das jetzt aber zusammen zu der Behauptung, dass wir Erfüllbarkeit semi-entscheiden können? Das ist doch eigentlich eine Vereinfachung. Das konnten wir doch bisher nicht. Bisher konnten wir doch nur die Unerfüllbarkeit semi-entscheiden. Das heißt, wir haben doch jetzt ein Verfahren, mit dem man Unerfüllbarkeit semi-entscheiden kann, die Resolution. Und ein Verfahren, mit dem man Erfüllbarkeit semi-entscheiden kann, also die systematische Testung der endlichen Modelle. Wenn man das beides kombiniert, würde man doch eigentlich Entscheidbarkeit kriegen. Das haben wir schon mal gelernt. Bei Semi-Entscheidbarkeiten für komplementäre Probleme kann ich kombinieren und erhalte eine Entscheidbarkeit. Stimmt. Wenn Sie so argumentieren, haben Sie völlig recht. Wenn das alles so wäre, dann wäre die Prädikatenlogik mit endlichen Modellen tatsächlich entscheidbar, beziehungsweise das logische Schließen dort wäre entscheidbar. Also kann irgendwas von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, nicht stimmen. Das mit den endlichen Modellen klang ziemlich plausibel. Der Satz von Trachtenbrot ist auch bekannt und belegt. Aber wie ist es jetzt mit der Resolution? Die Resolution ist ein korrektes Semi-Entscheidungsverfahren für Unaufüllbarkeit in der Prädikatenlogik mit unendlichen Modellen. Aber nicht in der Prädikatenlogik mit endlichen Modellen. Korola, es kann kein vollständiges und korrektes Beweissystem für Prädikatenlogik mit endlichen Modellen geben. Insbesondere funktioniert Resolution dort nicht mehr. Weil wenn Resolution funktionieren würde, dann könnte man die Unaufüllbarkeit damit Semi-Entscheidung. Erfüllbarkeit könnte man auch Semi-Entscheidung. Dann hätte man ja ein Entscheidungsverfahren. Also Resolution geht nicht und es kann auch kein anderes System geben, was alle Dinge, die logisch geschlussfolgert werden können, endlich beweist. Also insbesondere, wenn ein Widerspruch logisch folgt, den endlich beweist, also Unaufüllbarkeit zeigt oder auch andere logische Schlüsse endlich zeigt. Denn mit den endlichen Modellen, die wir da testen, können wir immer die Nicht-Existenz eines logischen Schlusses Semi-Entscheidung entscheiden. Wenn wir zum Beispiel zeigen wollten, dass eine bestimmte Formel keine logische Konsequenz ist, müssten wir nur systematisch ein endliches Modell suchen, in dem diese Formel eben nicht gilt, während der Rest der Theorie gilt. Also man kann auch Nicht-Konsequenz-Semi-Entscheidung mit diesem Verfahren. Okay, das heißt also, umgekehrt verlieren wir die Möglichkeit, einen Algorithmus anzugeben, mit dem man Logisch schließen kann. Okay, und den Beweis, dafür habe ich Ihnen jetzt schon gerade auf der Tonspur gegeben, hier steht er nochmal aufgeschrieben. Angenommen, es gäbe ein Beweissystem, dann wäre logische Konsequenz und auch speziell Unaufüllbarkeit, das ist die Konsequenz der Unaufüllbaren Formel, semi-entscheidbar. Erfüllbarkeit ist ebenfalls semi-entscheidbar. Zusammen hätten wir dann also ein Entscheidungsverfahren für logisches Schließen. Das wäre ein Widerspruch zum Satz von Trachtenbrot. Also, endlich gleich einfach, muss man wohl leider verneinen, tatsächlich ist es eher schwieriger, mit endlichen Modellen zu arbeiten, wenn man sich komplett auf sie beschränken möchte. Man hat dann keine Möglichkeit mehr, systematisch die logischen Konsequenzen auszurechnen, die eine Formel hat. Und das ist schon eine ziemliche Einschränkung. In vielen praktischen Fällen ist das eigentlich das, was wir eher tun wollen, als die Nichtkonsequenz, also die Erfüllbarkeit sicherzustellen, wie wir das jetzt mit dieser semi-entscheidbarkeitsprozedur mit der Modellaufzählung tun könnten. Okay, also, so einfach ist es nicht, aber ich hatte ja schon erwähnt, es gibt durchaus Fälle, in denen man, wenn man schwächere Logiken hat, als die ganze Radikatenlogik, wieder mit endlichen Modellen arbeitet. Und wo man diese Vorteile auch tatsächlich ausnutzen kann, wo eben kein Satz von Trachtenbrot gilt, sondern wo man wirklich beide Seiten der Semi-entscheidbarkeit kriegt und dann auch gute Entscheidungsprozeduren finden kann, die auch vernünftige Komplexitäten haben. Okay, es gibt noch einen anderen Grund vielleicht, warum endliche Modelle allgemein von Interesse sind in der radikaten Logik. Obwohl sie erst mal das schließen und nicht vereinfachen oder sogar erschweren. Und der Grund dafür ist, dass endliche Interpretationen im Wesentlichen das Gleiche sind wie relationale Datenbank. Wieso ist das so? Naja, Intuition kann so gegeben werden, Prädikatensymbole, P bezeichnen einfach Tabellen. Und die Interpretation, das ist die Menge von Tupeln, die man in dieser Tabelle vorfindet, die Relation, die dahinter steht, entsprechen den in der Datenbank gespeicherten Tabelleninhalten. Also wenn Sie eine endliche Interpretation hätten, wo jedes Prädikat eine bestimmte endliche Menge an Tupeln über einer endlichen Domäne enthält, dann könnten Sie diese Tupel in Tabellen aufschreiben und in einer relationalen Datenbank speichern. Und umgekehrt, wenn Sie eine relationalen Datenbank hernehmen, die in der Regel endlich ist, dann könnten Sie die Tabellen, die dort gespeichert sind, einfach als die Interpretation für Prädikatensymbole in der Logik ansehen und dann hätten Sie eine Interpretation. Die Korrespondenz ist nicht perfekt. Im technischen System, wenn ich eine relationalen Datenbank implementiere, kann ich natürlich auch Dinge tun, die in dieser Abstraktionsebene nicht sichtbar wären. Zum Beispiel kann ich mit der Reihenfolge der Tupel in der Datenbank-Tabelle arbeiten. Das ist nicht unbedingt die moderne Art und Weise, wie wir in relationalen Datenbanken arbeiten wollen, weil man eher dazu neigt, Deklarative heute zu arbeiten, wenn man Datenmanagement betreibt. Man möchte nicht Reihenfolgenabhängigkeiten haben für so allgemeine Sachen wie Tabellen, weil das zum Beispiel die Parallelisierung behindert, die Verteilung von Daten behindert. Wenn die Reihenfolge fest vorgegeben sein muss, ist es praktischer, wenn ich das umsortieren darf, um optimieren zu können. Also nur die Gesamtmenge mich interessiert. Es gibt auch in vielen Datenbanken die Möglichkeit, dass eine Zeile mehrfach vorkommt. Das hat man natürlich auch nicht, wenn man sich eine Menge von Tupeln vorstellt, dann ist in einer Menge per Definition jede Zeile immer nur einmal da. Also es gibt ein paar Unterschiede, ein paar kleine Vereinfachungen, die je nach Anwendung in der Datenbank vielleicht so nicht gemacht werden. Aber Sie sehen schon die starke Nähe dieser Konzepte. Und es ist nicht umsonst so, dass wir relationale Datenbanken haben auf der einen Seite und relationale Strukturen als Interpretation in der Prädikatenlogik auf der anderen. Das ist also schon konzeptionell sehr nah aneinander und man kann schon einige Ergebnisse auch übertragen und ausnutzen auf der anderen Seite. Okay, das will ich im nächsten Video noch ein bisschen genauer besprechen, aber für jetzt soll es reichen, das erstmal voranzukündigen. Mehr dazu im nächsten Video. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.